servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute haben wir ein paar fresher hotfixes bzw das video ist vom wochenende den artikel habe ich schon vom wochenende publiziert deswegen auch noch mal der hinweis wenn ihr so sachen gerne noch schneller mitbekommen wollt folgt mir gerne auf twitter oder facebook links in der video beschreibung über meine webseite kann ich so sachen einfach einfacher steuern ich war das wochenende über unterwegs und konnte die meiste zeit kein video schneiden dementsprechend ja ihr wisst wie es ist da ihr aber auch hier nichts verpassen sollt gibt es noch mal eine übersicht denn wenn ihr mythisch plus geht erwarten euch ein paar änderungen blizzard hat wie gesagt hotfixes eingespielt und dienen dem zweck dass dungeons etc ein bisschen besser oder leichter gemacht werden je nachdem wie man das sieht ich habe das ganze hier mal reingepackt als erstes haben wir fated halondros also aus dem mausoleum der ersten diese erdbrecher raketen da gab es einfach nur einen kleinen fehler dass sie zur falschen zeit hochgegangen sind das wurde jetzt gefixt das hat sich irgendwie so ein bisschen gebissen mit dem fated affix das wurde jetzt allerdings behoben im grimmgleis depot haben wir diese bomben werfer oder fassen wir es mal so zusammen bei den meisten dungeons sind die änderungen so gemacht worden dass ihr einige mobs in den dungeons habt die wenn der tank nicht dran steht sich umdrehen und dem melee eins ins gesicht donnern oder dem spieler der als nächstes halt dran steht und hier ist das jetzt ebenfalls der fall mit diesen bomben werfern hier die machen so einen doppelangriff der wird nicht mehr auf targets in der nähe gecastet mit den thunder lords in den eisernen docks mit ihrem sperr ist das mittlerweile so dass die gefixt wurden dass ihr damit korrekterweise effekte blitz ins so weiter entfernen könnt bei skulok gab es auch ein problem also beim boss fight dass korama mit seinem berserkersprung leute angehüpft hat beziehungsweise pets und ihr davon aus versehen mehrere male getroffen werden konnte das wurde gefixt auf dem schrottplatz von mechagon haben wir diese saurolisken da ist es eine ähnliche mechanik wenn der tank weg geht wird nicht mehr der melee ins gesicht gescheppert von denen und bei der werkstatt haben wir diese verteidigung spots die nicht mehr stealth aufdecken also unsichtbarkeit wir haben dann einige anpassungen für lower karazhan das ist tatsächlich immer noch die instanz die scheinbar am schwierigsten ist da haben wir als erstes mal den geisterhaften philanthrop der ebenfalls mit seinen fähigkeiten leute nicht mehr aus dem stealth raus boxen kann und alles was danach kommt ist so ziemlich für das open event mit einer kleinen kleinen ausnahme mit atomen bzw mit seinem pferdchen wir haben als erstes für beautiful beast also die anlehnung an die schöne und das beast da gibt es eine rüstung die euren damage increase also erlittenen schaden erhöht hat es waren vor 50 prozent jetzt wurde es reduziert auf 25 prozent dann haben wir als nächstes die westfall story also das angelehnt an die west side story ist der name holy shit jetzt ich war schon selber im kopf dabei dass westfall story der richtige name ist und da habt ihr mit den bossen auch eine fähigkeit dieser flammen stoß der cooldown wurde auf 35 sekunden erhöht statt vorher 20 und dass diese fähigkeit konnte tatsächlich mehrere male aktiviert werden oder ja hintereinander gecastet werden wenn die spieler eine immunity aktiv hatten auch der effekt wurde jetzt entfernt dann haben wir wicked mit dem bossen galintre und elfira da gab es wohl auch irgendeinen fehler wenn der fight resettet wurde dass die dann gebackt haben das wurde gefixt und zu guter letzt haben wir noch atomen und da ist bei mitnacht seinem pferdchen so dass das ebenfalls wenn der tank weg war hat das ein stampfen aufgesetzt auf targets in der nähe das macht das pferdchen zukünftig auch nicht mehr und da werden keine unschuldigen milis einfach weg gescheppert damit sind wir durch danke fürs zusehen es sind jetzt keine krassen nerfs außer ein bisschen bei so ein paar opern events oder theater events nennen wir es mal so allerdings sind es ein paar fixes die das leben einfacher machen dürften in den instanzen schreibt mir gerne mal in die kommentare findet ihr mich oder gerade karasan noch zu schwer vor allem im vergleich zu so indies wie mechagon oder so oder ist es jetzt mittlerweile genau richtig ich bin gespannt auf eure meinung und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen